hallo ich meine lieben freunde und willkommen zurück zu ttt hallo ist der peter den ihr hier seht ihr irgendwas cheatet dann haben wir doch den peter den peter den simon den fabian den tommy und den lutz der wieder entband ist ich habe mich an jemand geschossen habe ich schieße ich gleich abgehend du hast wirklich das kam er nicht hoch gesetzt ach ja warte mal ganz kurz ein mal mit profis mal da machen wir das noch ganz schnell fabian wird gemacht das war nicht an und an und ich bin unter beschossen ach so so alle waren wir haben wir haben wir nicht ich bin es nicht junge doch du muss es sein ich bin alter das kam von einem vier ich habe okay ein weg muss ich heiße würde diese ausreden ich glaube simon ist es so farb ich habe gedacht du wärst tot da oben ist noch ein also ich bin ich verdammt und simon wenn du mich jetzt gleich machen ich aufhör zu reden ist simon ich aufhör zu reden ist simon ich verstehe an die laufen hinterher von uns dreien war es keiner ja ich bin auf dem dach also simon fabi und ich ja worden getroffen ok simon du schaffst du sieben dann ist es ein big dick wir haben wie viel sind noch übrig peter steht oben auf dem dach ja schon die ganze zeit seit Anfang der runde wir haben eine chance von ja 66 prozent ich habe das gefühl simon ist es ich glaube ich habe das ding lieben das ist nicht von 30 prozent dass es der einer von den anderen ist ich bin es nicht wirklich nicht ich habe ehrlich gesagt auch schon du hast ihn eh nur getötet ja weil er war der einzige in der nähe ich dachte er wäre es ok 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 das mit simon finde ich auch als eine plausibel erklärung weil er erklärt immer dann so viel wenn er traiter ist habe ich das gefühl ja traiter gut jawoll sehr gut ok ich habe es gesehen die beiden haben auf dem traiter geschossen ja ok sehr gut dann ist es dann ist es dann ist es ja ich bin es nicht peter 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 heee oben auf dem dach dann ist es peter also ich schwöre auf meinen youtube channel ich bin es nicht ne Ihr habt zwar nur 540 Abonnenten, aber die sind mir trotz all dem heilig. Jeder einzelne davon. Du liebst die alle. Und so wie ich gehört habe, sind die Pixellen auch einer meiner Abonnenten. Also ich mag euch auch sehr gerne. Moment, Moment, ich tapp schnell raus, das können wir schnell ändern. Soll ich euch auch deabonnieren? Jungs, wir bleiben zusammen, würde ich sagen, oder? Ey, gute. Ich mag euren Channel, bitte nicht schließen. Wurscht Bunte, Bunte? Ich bin hier. Arnold, ich schieße, ich mag alle. Wir müssen mal den Traitor, den anderen Traitor mal überhalten. Ihr könnt doch auf mich zielen, Alter. Ich hab gesagt, wenn ich auf meinem YouTube-Channel schwöre, dann bin ich es nicht. Ja, der liegt noch da, okay. Ich guck mir gerade hier erstmal in Ruhe die Map an, die kenn ich nicht mehr. Pass auf, jetzt ist das Simon so ein abgekartetes Spiel. Ja, richtig. Ich hab das gleich gemacht. Ey, ich schwöre, der ist es. Ich sag es dir. Simon muss es sein, Alter. Wer schießt, der ist oben auf dem Dach. Okay, wer ist? Dach. Er hat Arnold gemacht. Nein, Quatsch, das ist der Gäste. Wie sagt das Peter? Peter, der es später ist. Wie hat er Arnold gemacht? Nein, ich hab gedacht, wo du weg warst. Achso, okay. Wie kommt man denn da hoch? Ich hab keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ja, warte mal, ich zeig's dir mal. Ja, Peter? Ja, er ist es. Er schießt einfach so. Ja, was denn? Wenn du mich schießen kannst? Ich hab grad auch schon mal ins Bauch gefahren. Ich hab nicht mal was gemacht. Mann, Bunte, ich hab auch nichts gemacht. Ich hab endlich mal Punkte. Ich hab 10 Punkte. Ich muss wieder die unschuldigen killen hier. Ja, ne? Ich hab nicht mal was gehabt. Alles Peter schuldig. KOS Pam! Ja, ist echt so. Ich wollte grad so rauskommen. Das war instant KOS. Da muss ich mich mal Bunte entschuldigen. Ich hab wirklich gedacht. Der ist es. Ich hab von oben einfach ne Mellen geschlossen und alles in Auskunft. Ich hab sein können. Ich bin Enno. Alles Peter. Alles klar. Und in dem Moment holt der Holz. Wenn der jetzt wirklich innocent ist, buchstabiert sie mal rückwärts. T-N-E-C-O-N-N-I. I-A-S-K. I-S-A. Euer Lied. Lied. Peter. Innocent. Peter, lock mir hinterher. Peter, lock mir hinterher. Ja, du bist innocent. Alles klar. Hey. Wir sind ja nicht auch diese Dreckskampf. Weil du richtig buchstabiert hast und das schnell genug. Wo? Ich hab ja schon wieder in den Krieg oder so. Alter. Jetzt laufen mir zwei Leute hinterher. Simon und ein Trainer. Warte, zwei Leute. Du warst zwei Leute? Warte, ich halte, ich halte bunter. Oh, Arnold hat schon einen Anhänger für seine, äh, für sein, äh, Dingens hier. Für seine Telefon. Wieso geht das doch nicht zu? Geht nicht zu. Hey, das geht doch nicht zu. Jetzt stehen hier vier Leute. Fünf Leute. Alle. Perfekt. Auf Wiedersehen. Alle. Hallo Akbar. Immer einkaufen. Tommy läuft mit dem Weg. Oh, Alter, was geht da ein Haar? Was? Du läufst mir hinterher. Arnold ist bei mir. Und deinen Freunden. 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 Simon ist es. Moment, Moment. Ich hab grad für Mathe geschrieben. Aber ich hab gehört wo es war. Ich lauf hin. Ja, ja. Boah, Alter. Dutch. Dutch. Fabian. Fabian. Ich sterbe jetzt nicht mehr. Dutch war's. Dutch ist von unten hochgekommen. Wo die Leiche lag. Ich bin in den Osten. Hier liegt noch eine Leiche. Alter, der schießt auf mich. Ich bin in den Osten. Ich hab den nicht gesehen. Dutch. Es ist Dutch. Der schießt auf mich. Alter, schießt auf mich. Verdammt. Ja, Dutch liegt hinter dir tot. Confirm mal. Wo denn? Alter, ich hab doch niemanden erschossen, ey. Ich hab jemanden erschossen. Butto hat gesagt, Dutch ist es. Fabian ist der andere. Sorry. Wieso schießt du mir das auf den? Fabian hat Dings weggemacht. Tommy. Ah, Alter. Scheiße. Oh, 5 AP. Ich war eh nur Slant, Leute. Ich war eh nur Slant. Fabi, Alter. Bist du mir hinterher gelaufen, oder was? Echt, lol? Farte eh, du Mist. Sau, Mann. Er dreht sich um. Putz ich dir so. Alter, was ist hier los? Fabi, bist du mir die ganze Zeit hinterher gelaufen, oder? Nee, ja. Ich hab mich einfach verfolgt. Ich hab niemanden gedrückt. Ah. Warum hast du die Lächel noch nicht konfirmt? Die lag gerade mitten im Weg unten. Ja, dann hab ich... Keine Ahnung, ich hab die Lächel nicht gesehen. Ich konnt man gar nicht übersehen. Lass mal in zwei Runden... Eiskalt. Sie wollen den 1 und 1 sein. Oh nein, geh weg. 1 und 1. 1 und 1. 1 und 1. Kratz mich mal eben. Oh, forgive me, Faser. Oh, ja. Ey, wer ist da noch? Oh, boah. Peter. Hey, der hat irgendwas aktiviert. Was? Habs auch gehört. Ja, was war das? Keine Ahnung. Was? Einer von euch war. 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 Ich war auf irgendeine komische Ecke gegangen unten in diesen Räumen. Das schießt. Nein, nein. Sorry, 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 sorry. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Auf die ist es. Bunte, warum rennst du mir hinterher? Seh, davon klingelt. Ich hab auch so ein Auge geklickt. Ich hab auch so ein Auge geklickt. Hast du mir diesen Auge mal? Die haben einfach nur die MIP gerade angeguckt. Ja, ja. Das hat echt gemein an. Da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben. Durch ne Mel, Alter. Bunte. Die war was, oder? Fabian war's? Nein, ich war das nicht. Ich hab nen Diegel in der Hand. Ja, aber du bist doch grad auf die Kirche gerannt. Wo war das? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Aber Dutch war's nicht. Dutch, den hab ich verfolgt. Ja, Alter. Du hast dich verfolgt. Wollen wir auch irgendjemanden nicht? Ich glaub bei Deepa oder so, ne? Arnold, Arnold, Arnold. Arnold, Arnold. Arnold, Arnold. Peter. Da ist, glaub ich, noch jemand gestorben. Da ist, glaub ich, noch jemand gestorben. Da wird irgendjemand runtergestorben, oder so. Ja. Er hat runtergefallen. Falschaden, oder du? Ey, da liegt, da liegt ein Toter. Simon, äh, Tommi. Was denn? Ich confirm mir doch. Das ist Peter. Ja, das wollte ich doch gerne. Peter, wie hast du das gemacht? Peter, hast du das gemacht? 1a butterweich hier vom Dach runtergeflogen, Alter. Alter, geh weg. Haha. Die Szene so, wiii. Nur noch, Alter. Tommy, es ist. Fuck, warum stehst du hinter mir? Ah. Hey. Hey. Wie schießt du hier einfach? Kacke, ich häng. Ruhig dich mal, Arnold. Bist du das, oder was? Uh. Nein, nein, Tommy ist es. Tommy ist es. Nee, ich bin's nicht. Bist du es? Okay. Simon hat gerade gesagt, Tommy gesagt und ist dabei gestorben. Ja, der hat mich angeschossen, weil der dachte, ich war's. Arnold ist es bestimmt, Alter. Arnold ist es. Er war es gerade schon die ganze Zeit. Er ist es bestimmt schon wieder. Da hat sich halt einer geheilt. Echt? Ja, ich hab's auch gehört. Wo ist der? Was? Halt's das Maul, Tommy. Ach, nur wir drei leben noch. So, na dann. Arnold, wo bist du? Sag ich dir nicht. Arnold, komm raus. Dann machst du es uns aber leichter. Er ist bestimmt auf dem Dach, oder so. Ne, der ist unten irgendwo. Kann in die Situation. Halt's das Maul. Arnold. Fuck you. So, Donkel. Ab ihn. Tom hat so Glück mit der Schrotflinde. Ich steh genau hinter ihm. Schieß ihn von hinten in den Rücken. Komm, Schade. Wechsel die Waffe. Dreht sich um und macht mich dann sofort weg. Ich wollte das Ding schon kaufen, dann will ich auch einen wegballern. Oh, null Aim, Alter. Null Aim. Ich wollte eigentlich nicht da runterfallen. Ah, okay, ich hab auch ein bisschen schlechteres Kamer. Wolltest du, aber es war einfach so lustig aus. Ah. Nase juckt, Alter. Ich hab mal eine Folge gewonnen hier, Alter. Und jetzt? Das ist ganz gut aus. Du willst aber nicht jinxen, ey. Du hast, du hast schon gejinxt, ey. Ja, hab ich jetzt eigentlich auch. Ey, was ist hier los? Jetzt bin ich nur innocent, oder wie? Boah, die Sounds hier sind so richtig billig. N-N-E-C. 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 Geht alle raus, ich aktiviere. Alter, hier hat einer aktiviert, ey. Wohne Scheiße. Wohne Scheiße. N-N-E-C Das hast du, oder? Ähm. N-N-E-C. 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 W would is by mir. Oh, ah. Dutchen mal bei mir. N-N-E-C. Bitte was? N-N-Dieter auch mal im Adventure-Modus gespielt. Also mit dem... N-N-N-E-C. N-N-N seventy-Pass kommt zu mir. Der Dutches hört, warum? Angepisst, weil ich immer Angst hab, dass die Jumpscares hier kommen und ich glaub, die sind deaktiviert. Da kriegst du dich rein. Da steht ja eine drin, ne? Wenn du hier irgendwo rausdroppst und du fliehst dann rauskriegst, dann wird richtig den Jumpscares in die Fresse. Aber wenn du die richtig spielst, nicht hier, oder wie? Ich sag, Tommy ist es... Wir geh aus der Ecke raus. Fabian! Ich geh auch aus der Ecke. Peter? Au. Peter hat sie geaimt auf mich? Da hinten ist jemand explodiert. Ist jemand oder etwas explodiert? Fabian läuft mir hinterher. Töten. Mach ich nicht. Wo? Piss dich, Fabian. Oh, du Penner! Das war nicht meine, ich hab ne Disco gebaut. Peter hat grad Feuerschaden nachbekommen. Ja, ich auch. Alle leben hier noch? Alle leben noch? Alle leben noch? Alles ist bunte, 100 pro. Warum bin ich das jetzt schon wieder? Das seh ich auch so. Simon? Ich war die ganze Zeit da oben bei Tommy. Äh, das Portal, gell? Ja, aber du bist trotzdem nicht safe. Hier da in dem, ne? In dem Brunnen, ja. In dem Brunnen kann man sich in die Kirche teleportieren. Ja. Tommy, Tommy. Nein. Hier konntest du auch mal, ähm... Also hier konntest du dann live richtig hoch. Barbie, geh weg! Oh, der OG ist es. Der OG ist es, ich sag's euch. Barbie, geh weg! Ah! Geh doch weg von mir! Wir freuen uns, wenn du dich weiter verfolgst, dann... Barbie! Ja, was denn? Ja, geh doch weg! Du hast einen geilen grünen Anzug. Du, lass mich doch mal. Nein, du bist auch so ein. Nein, echt? Hey, da ist es! Noi, hinter dir... Ja, was? Ich bin... Barbie! Oder? Das war verdammt! Barbie, ja, warte! Das ist der Zweiter! Ich bin's doch nicht, verdammt! Wer ist es jetzt? Bunte, Bunte, Bunte ist es! Sorry, nein! Du schie... Fuck! Wer war's denn hin? Alles voll scheiße hier! Was ist denn da jetzt passiert? Da, Bunte war Trader! Die mischt's auch! Ich wusste es auch! Der hat's gemacht, oder? Tommy war innocent, sorry! Okay... So... Okay, ich hab Bunte confirmed! Bunte, der alte Dreckshund! Also, ist es Arnold oder der Dutch? Ja, wahrscheinlich Arnold. Weil ich bin auf dem Dach und gucke, wie der... Ja, wenn's Arnold? Dann hol ihn! Ja, ihn suche ich ja gerade! Versuch es! Oh, diese Geräusche auf dem Dach... Die sind so... Ich bin fast weg, also... Bist du fast down, oder was? Mhm... Oh, das... Was ist denn hier noch einfacher? Ja... Müss ich nur wissen, wo du bist? Ich bin nicht hoch! Alter, ich bin's noch! Ach, du bist... Oh, sorry! Ja, Mann! Ja, Mann! Fuck, Alter! Fabi, du bist so ein schlauer Typ, ey! Was war denn jetzt los? Was? Du hast alle gekillt, Mann! Was? Du hast alle gekillt! Ich... Achso! 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 Ich hab einen Wecker auch, ne? Schau! Aber Bunte, was war das für eine... Auf... Ich drauf! Kriegst du ein bisschen Schaden! Du drehst dich nach links, schieß einmal... Bum, Headshot bei mir mit dem Schrotfilter, ich bin weg! Volle Energie! Das ist gar kein Problem für Gangster, zum zweiten Mal jetzt! Aber... Oh, Alter! Oh, Alter! Ne, das ist normal, das ist normal, dass das Spawn Protect aufgeht, zuerstes! Alter, das ist... Alter, das ist... Ich hab keine Schocks mehr zu gewinnen! Ja, ne, ich bin ja nicht mit... Willst du mal gucken? Boah! Bist du dick wechseln? Ich hab doch was reißen! Oh, Alter! Weg! Ja, das ist richtig! Kommt die Brüder angelaufen! Hier, guck mal! Score passt zum Nah! Wow! Dutch ist es! Ich hab's gesehen! Dutch war's! Dutch hat die Waffe gewechselt! Nein! Nein! Wo ist er? Ja, was jetzt? Und? Alles klar! Ne! Lutz! Tommy! Tommy ist es! Tommy... Tommy und Peter! Nein! Ah! Ruhe bleiben, Jungs! Ich hab nur mitgeschossen! Ich wollte nur helfen, den Tatverlächtigen hierher zu stellen! Ihr habt 440 weggezogen, Alter! Tom Nox hat sich gerade da hingeportet! Nein, ist er! Nein, ist er! Oh, tschüss! Nice! So, erste Trader ist confirmed! Oh, jetzt kommt der Nächste! Der not so big dick, wahrscheinlich! Ne, ne, es muss Peter sein! Der sitzt eh wieder irgendwo auf dem Tag, Alter! Da ist Fabian! Ich trau dem Fabian nicht! Ja, aber der Peter ist doch confirmed tot, Alter! Der kann's doch nicht sein! Siehste, ich sag's doch, der Fabi ist es! Hab ich zwar nicht gesagt, aber... Tja! Ja! Da meine ich ja was auch... Der Medi-Legion-Pipa! Ey, das gibt's nicht! Oh, Pipa! Das gibt es nicht! Alter, ich hab... Bunte! Ich war tot! Bloß, ich hab mir diese Second Chance nicht überholt! Ah, diese Second Chance gehabt! Wie viel Kost und Chance hattest du? Oh, Pipa, du hast gewonnen? Weiß ich gar nicht! Das steht immer, wenn du kaufst, steht da die Chance... Ich bin Zweiter! Boah, boah, boah! Dass du wiederkommst! Zumal wir sind so 25% nicht über der Huftag! Genau, 25% und dann 40%! Tschüss! Tschüss! Tschüss!